hallo liebes publikum hbk hier und ihr seht eine neue folge von let's play pikmin tag 5 in der letzten folge haben wir im wald der hoffnung das vierte schiffteil geholt und konnten damit in zum zentrum des waldes und den werden wir heute das erste mal betreten und gucken was wir dort so tun können jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller mittlerweile also ich habe mich ein bisschen blöde angestellt dass ich schon so viele pikmin im kampf verloren habe also sind ja schon mehr als 40 und ja das ist jetzt nicht unbedingt so das beste so das erste was wir zu machen muss erst mal unsere anderen pikmin und alles so ein bisschen ignorieren denn wir werden sofort genau darunter gehen und erst mal die falsche abzweigung nehmen da links war es gewesen hier haben wir erstmal schiffteil mein ionenjet nummer eins leider strömt der jet einen unangenehmen duft aus aber es erhöht den es erhöht seine flucht geschwindigkeit der gestank ist ein kleiner preis für diesen vorteil gut hier wollte ich eigentlich erst nicht hin sehr gut ich wollte gerade sagen ich hoffe ich habe mich jetzt nicht hier irgendwie eine sackgasse manövriert oder sowas gut sollte demnächst gucken dass ich doch richtig laufe nämlich hier runter und dann dorthin denn was wir hier haben ist die blaue pikmin zwiebel ich weiß vielleicht nicht sonderlich schlau nichts irgendwie vorher in gang zu setzen aber das scheint mir gerade so ein bisschen am effektivsten zu sein und wir haben immerhin einen tag sag ich mal überschuss und dann gucken wir mal was es mit dem blauen pikmin auf sich hat wie man sieht stehen sie vollkommen unter wasser es handelt sich um ein pikmin in einer anderen farbe auf seinen wangen scheint ein scheint es ein paar kiemen zu haben das lässt vermuten dass dieses pikmin sich ohne probleme im wasser aufhalten kann es gibt nur einen weg das genau herauszufinden ich drücke a um ein pikmin zu halten und dann b um dieser farbe zu wechseln und ihm den befehl zu erteilen alles klar dann mach schmeißt mach den befehl werfen das erste was du mit blauen mit den anderen pikmin auch gemacht hast ich mache mal hier schon mal die blumen bisschen fertig damit wir dann einfach nur noch die pellet sammeln müssen so dann machst du hier nein so zack ja genau ich habe dir sogar Pellet musst du aber sammeln so du machst dann schon mal das so ihr beiden geht jetzt dorthin so der tag jetzt ist halt am besten dass man da erstmal die blauen blaue population ein bisschen erhöht denn die sind auf jeden fall in diesem areal und auch für den späteren spielverlauf eigentlich mit die wichtigsten pikmin wie gesagt also die roten sind halt für die wirklich für die kraft da wenn man irgendwie stark sein muss und die die roten die sind auch feuerresistent das ist auch wichtig hierfür so eine feuergeysiere wie man sie da gerade gesehen hat hier links unten am bildschirmrand also oder da links oben auch also dort da kann man dann eben mit den roten einfach durchlaufen aber dadurch dass halt wirklich relativ viel wasser immer in den nächsten arealen ist und auch in den letzten arealen viel mit wassersachen gekämpft wird gemacht wird wie auch immer sind die roten äh die blauen pikmin da mit so ziemlich die wichtigsten und da oben haben wir direkt gesehen war noch ein schiffteil so hier brauchen wir erstmal bomben damit wir da was machen können damit wir da hin können ihr könnt erstmal hier den zweig aufmachen ja das sieht gar nicht falsch aus ich weiß so hier unten diese komischen käfer da den müssen wir auf jeden fall auch fertig machen mach den fertig mach den fertig hallo helft mir doch mal hey was macht ihr denn wir müssen das viel fertig machen und was machen die blauen einfach nö kein bock weil kein bock obwohl es nochmal 16 danke so gut dann ist dieses wandernde teil erstmal nichts für uns da mehr von den teilen ne danke ne danke die käfer können wir jetzt erstmal getrost ignorieren so hier haben wir zum einen mal so geysire wenn man die öffnet dann kann olima da rein und dann wusch dazu müssen sie halt geöffnet sein so dann haben wir hier jetzt Steine wenn wir die steine auch öffnen also wie gesagt wenn die pikmin da diesen stein rumkloppen dann kann der mektar rauskommen und wenn dann nicht eine sau einfach nur selbst alles nehmen würde dann könnte man auch aus allen blauen pikmin direkt blumen pikmin machen so ihr macht jetzt erstmal da weiter ihr werdet die steine jetzt erstmal in ruhe lassen da waren sowieso keine mehr übrig mach den diese wand hier kaputt ah kamera so wie komme ich jetzt zurück dahin wollte ich jetzt nicht zurück wir kommen jetzt zurück in meine base das ist die frage kann ich hier rumlaufen dann kann ich da rumlaufen boah ok warum auch immer ich dieses Vieh da nicht wirklich warum ich da mit dem Vieh nicht mehr allzu viel machen kann so der Rest von euch kommt jetzt erstmal raus so huiuiui und helft mal mit dieser Band egal ob auf der einen oder auf der anderen Seite Hauptsache hier helft mit so machen wir die einfache Wand einfach mal kaputt so hier haben wir wieder ein bisschen Steine für Nektar also da unten waren die Bomben da ist ein Teil da ist ein Teil wir haben noch kein Schiffteil und das macht mir gerade ein bisschen Sorge denn der Tag ist schon wieder fast zur Hälfte rum ich habe mich gerade viel zu sehr auf die falschen Sachen konzentriert ich hätte hier nebenbei das kaputt machen lassen sollen ok jetzt habe ich die roten wirklich eigentlich nur dafür raus geholt so hier geht erstmal zurück denn im Grunde ich muss erstmal mich gerade ein bisschen reorientieren so wenn man hier runter geht und da runter geht dann hat man dort die Steine ok gehen die mit den Steinen den Zweig hoch das ist die Frage gehen die Gelben mit den Steinen den Zweig nach oben so erstmal nehmen wir euch alle und dann könnt ihr euch ich wollte eigentlich hier dann kümmert ihr euch hier um die Blumen macht mal daraus was feines nicht ein paar mehr blaue Pikmin ich habe keine Ahnung wo die jetzt lang rennen ja macht ihr was ihr lustig seid so so 1 1 2 ich hoffe die begegnen jetzt unterwegs keinen Gegnern wo geht ihr lang ich guck mal ob der Weg sicher ist hier ist wieder diese komische diese komische Vieh offenbar kann ich dem wirklich nur schaden wenn ich die direkt drauf werfe gut da kann aber mein Pikmin nichts anhaben ich hoffe die Pikmin gehen jetzt einfach hier links runter und ok das tun sie aber offensichtlich also denen scheint nichts zu passieren ja das war mir gerade wichtig das zu wissen dann hätte ich natürlich die ganzen Sachen irgendwie abgebrochen kannst du mir hiermit helfen bitte bitte danke mach mal auf bitte danke na fertig ok der braucht ein bisschen länger so jetzt nehmen wir uns nämlich hier ein paar gelbe Pikmin und genau hier war das und gehen jetzt hier schön die Wand entlang und ja ihr macht jetzt hier euch den Zweig auf und ich hoffe die können mit den Steinen dann den Zweig hoch weil ich finde es jetzt irgendwie gerade wichtiger die Wände kaputt zu machen ich hoffe ihr seid gleich alle fertig so dann sage ich mal hier gut könnt ihr jetzt da den Zweig hoch mit den Steinen offenbar offenbar schon oh das sind viele das ist gut das ist sehr gut dass wirklich alle 10 den Steinen bekommen haben ist grandios ihr fallt auch nicht ins Wasser oder gut könnt ihr nicht sehr schön hier das Teil könnte ich ja theoretisch mit dem blauen Pikmin holen die Sache ist einfach nur die dass hier erstmal dafür die ganzen Tore aufgemacht werden sollten damit die halt wirklich schnell auch dahin kommen die kann ich ach so klar jetzt muss ich hier hoch euch einsammeln und hier da hoch werfen und dann euch neu beordern hier zack damit ihr mir da das aufmachen könnt nein das war blöd Entschuldigung so bam oh drei war zu viel glaube ich oder nein das funktioniert einer noch dumm dumm sehr schön dann haben wir auf jeden Fall das hier noch offen dann hatten wir doch hier direkt noch irgendwo eins oder ich bin der Meinung wir hatten hier direkt noch irgendwo ein Steintor außer das da hinten war nicht hier eins noch irgendwie hinten bei der Base ok da da ist noch eins das ist ein dunkles das ist ein helles das heißt das hier braucht weniger so gucken wir mal brauchst du nur drei ne du brauchst auch sechse schade hätte der klappen können hm dann mach dir mal den Zweig auf und arbeitet mal daran schön dankeschön dafür ach da war noch eins ok ach ja so war das genau man musste das Ding zur Zwiebel holen man musste es zur Zwiebel ziehen und damit ähm damit würde man dann automatisch das Vieh glaube ich fertig machen ich bin mir gerade aber nicht ganz sicher ich weiß aber dass es auf jeden Fall ein Schiffteil bei sich hat aber irgendwie so eine lustige Sache war das gewesen so deswegen können die das jetzt erstmal so machen und hier unten war das eine Schiffteil ich weiß jetzt aber nicht ob die das erstmal ob das genug sind ok das sieht genug ob sie das auch dahin hin hintragen können zur Base ohne Probleme bisher sieht es gut aus achso das ist nicht offen gewesen der Geysir ok dann geht ihr hier rum und dann ist hier das Tor offen und dann seid ihr schon bei der Base sehr schön sehr schön das funktioniert genau und dann haben wir hier sieh mal an mein Levitar Reifen der Levitar Reifen ist für jeden Piloten der sich als Weltraum nicht schwimmer erweist lebensnotwendig die Sache ist wir haben hier jetzt keine weiteren Pikmin um weder das eine noch das andere hinzu hinzu transportieren beziehungsweise hier haben wir noch einen so ich komm mal wir brauchen das wir brauchen hier das komische Ding das braucht drei so das sind wir machen schon mal die so dann müsste jetzt gleich das Schiffteil da sein genau da ist es und danach versuchen wir auf jeden Fall noch den Reifen wegzubringen Ionenjet Nummer 1 wenn dieses Teil kaputt ist wäre das katastrophal ich werde so bald wie möglich einen Check durchführen ich habe 36 Teilen gefunden wenn ich nur noch 6 finden würde könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen da sind sie froh da freuen sich die Pikmin ok das wird definitiv nichts mehr mit dem komischen Reifen so dann habe ich aber auf jeden Fall euch alle guck mal kurz sind noch irgendwo die gelben da hinten ach die habe ich mit dem Zweig dahin geschickt genau da war ja was also theoretisch hätte ich hier jetzt mehr als genug Pikmin dafür das werdet ihr jetzt aber nicht tun denn ich werde euch jetzt alle in die Zwiebel schicken da könnt ihr vergessen da jetzt irgendwie ihr seid doch so blöde ich habe euch gerade gesagt dass ihr das nicht machen sollt hoch da hoch da nein sag mal seid ihr taub und blöd ich sagte nein aber ich hatte doch gerade noch 30 ach seid ihr so blöd oder tut ihr nur so so dann bleibt halt mit meinem Team shit 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 oh Gott oh Gott oh Gott ich komme zu den gelben ich glaube das schaffe ich nicht mehr oh shit oh Gott was mache ich was mache ich da gerade nein habe ich sie gerade noch bekommen die Animation ist wieder weg was ist das tief im Inneren der Höhle die ich im Wald entdeckt habe fand ich blaue Pikmin die blauen Gesellen haben kiemenähnliche Organe an ihren Wangen überhaupt scheinen sie amphibisch zu sein und können an Land und im Wasser leben die Wunder der Natur werden mich immer wieder erstaunen auch an diesem Ort Kampf verloren ein zurückgelassen 6 nein ich habe nur 4 von den 10 Pikmin bekommen ah das war blöd ach tschuldigung Leute das war doof im Kampf verloren ein ok das ist dann habe ich gerade zum Schluss noch einen verloren fuck gekeimt 31 zurückgelassen 6 6 zurückgelassene Pikmin das ist natürlich nicht so schön und das wollte ich auch nicht ich werde mal gucken dass ich demnächst nicht die Animation immer überspringe das will ich nämlich einfach gar nicht eigentlich gar nicht wie auch immer aber ich würde sagen das wäre es erstmal mit dieser Folge von Let's Play Pikmin Dankeschön fürs Zusehen ich bin der HPK und sage an der Stelle einfach mal Tschüss bis dann ich bin der HPK ich bin der HPK ich bin der HPK ich bin der HPK ich bin der HPK